Hey, f*** du dich! F*** du dich zu Heimat! F***t euch alle! Kassi f*** mich! Okay! Oh, sorry! Go, Antrieb! Go, go, go! Warum Antrieb, Alter? Ich hab keinen Antrieb! Warum denn irgendwie so Antrieb? Jetzt haben wir beim Boss keine Ahnung! Ich bitte eh nicht! Digga, wir brauchen doch lecker länger als 60 Sekunden! Lecker, lecker länger! Leckerle mio, ey! Junge, ich bin so'n Charger, ey! Glaub ich nämlich auch, dass wir länger brauchen! Wir brauchen halt einen Charger! Halt mal nicht so negativ, ja! Alter, Shuri, hör mich vor! Jetzt hast du die Ernst da und können wir gar nicht AOE-Party'n! Warum? Ich kann dir doch hinterher noch nöt blöd machen! Du selber blöd! Arsch und Penis! Arschgott, ah! Ich bin die Wand, let's go! Du bist die Wand, klar! Ich komm' dran, aufgeh' bin dran! Was hat mir da grade aufs Maul gegeben? Der Torwärts erreicht! Der war, glaub' ich, nicht in einmal range! Der war später gezogen, oder? Ja, au hin, go! Oh, Mann, ey! Lol, ich wollte Rashi retten, Sabi muss voll gehen, ey! Fuck, fuck! Halt mal Bad oder so! Hau den letzten Piffen nach oben! Einer nimmt bitte schon mal die Schlüssel und läuft da hinten hin! So, aufstellen, go! Aura generieren! Cripp! Ich glaub' diesmal hab' ich keine Zeit, Sphäre zu stellen im Voraus! Heust du dann durch, klar? Was? Ja, heust du! Ja, ist ja nicht so schlimm! Ja, ja, ja! Wir haben ja eh'n bisher! Ihr müsst auf Ono warten, ne? Der muss laufen! Ah, nicht springen! Doch noch kurze Zeit! Hallo! Wir auch nicht! Ja, wie soll denn denn alle in den Bossraum laufen? Sind alle bereit? Wann soll ich? Ich... Nach der ersten mal... Ich will einfach durch! Durch den Bosten! Ok, jetzt! Aber jetzt hab' ich aus der Sehnschirm gesprottet! Der... Rooter mancher! Brauch' ich eigentlich gar nicht, weil ich auch noch viel Wach hab' aber ich bin's gewohnt! Macht er eigentlich Step-Clip? Naaay! Den Boss kannst du da merken! Ja, der gibt keine... Keine Ding-Zeichen mehr, oder? Fuck you! Äh, ich bin der Ängste! Warte! Scheiße! Doch, der gibt noch! Badeheim! 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 Das ist ja nächstes Mal früh! Waaay! So, ich schwimmen! Oh, nehm's hier! Oh, nehm's hier! Oh, nehm's! Oh, nehm's! Bade-Tot! Bade-Tot! Ey, wieso bist denn du jetzt wieder hier? Ich muss denn durch! Ich muss das mal rein! Das ist krass! Ne, boah! Ganz bald, ne? Spottig denn hier! Wenn du schon eh bleibst, ne? Ist du wieder? Wo? Ne! Vielleicht für Wienerheim? Weiß ich's nicht! Also Wienerheim! Ich denke da nochmal! Ich weiß nicht, dass ich mich auch zu Kasse bekomme von einem Ding! What?! Zustand sind mal Mootskill, oder? Aber so... Ja! Ich hab's mit! Ja! Ja! Einer raus da! Gut! Hör's mir nochmal! Ja! Ich hab's mit! Ähm... Was ich möchte! Hör mal! Jetzt zeigt Mootskill! Warte! Fuck! Das hat dich nicht getötet! Aufmauten! Ne, ich hatte... Kein Ding! Oh, ein Heizmutter! Oh, wieder kein Heiz! Hallo! Er ist den Hund fielen! Er ist den Hund fielen! Ja, den haut doch schon mal den Hund! Ich kann doch schon mal die Monster fragen! Ja, aber dann können wir nicht aufmauten! Langsam! Ach, schon! Fuck! Heiz Maul, ist für Wiener! Okay, nicht aufmauten! Heiz einfach dein Maul! Oh, loooool! Boah! Junge! Ohne Scheiß! Ich sag's dir, Daniel! Just rigged! Skydas, warum gibst du ihr nicht einfach deine Daten und sie soll die Scheiße eröffnen? Dann kriegst du vielleicht auch mal was! What the fuck sind die... die Robins? 88, Junge! Scheiße! Ja, ich hab ja die Moots! Ja! Warum... Wir wollten noch aufmauten! Warum? Ja, nicht vor Geburtstagsgeschenk, Serena! Sonst würde ich nicht solche Items bekommen, wie ich bekomme! Ey, das zählt nicht! Was ist denn morgen Geburtstag? Ja, hier! Ja, beide, morgen Geburtstag! Ich und wir sind quasi Zwillingsberuhig! Oh, eigentlich musste die ein Pärchen sein, ne? Wär voll gut sein, ne? Zusammengeburtstag! Wow, ich hab... Krieg irgendwas ab! Richtig! Sag ich auch! Ja, mein Vorgeburtstag ist geschenkt! Aber... Ja, mein... der... 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 das... Du hast noch den Diva! Ja, ich weiß jetzt... Wirklich! Wirklich! Oh, der hat ja jetzt... Dankeschön, Mama! 13.000 DSK, oder? Dankeschön, Mama! Dankeschön, Mama! Dankeschön, Mama! Ja, das mach ich! Ja, das mach ich! Aber vorher... ... werde ich noch was! Das ist ihm was zu tun! Gut, auch ruhig! Wenn wir noch einen machen... Braucht er mir Eier? Ach, schau! Der mir Eier! Kann ich mal aufmachen? Kann ich mal aufmachen? Ach ja, stimmt! Weil... er fragt es halt irgendwie so... ...ne Stunde vorm Tag... Warum geht das nicht? Ihr könnt nicht retten! Hallo! Kann man... Oh, nein! Hat jemand einen Fernhändler? Warum geht das nicht? Wer ist im Kampf? Nein! Ich hab keinen! Wer ist im Krieg? Hat irgendjemand einen Fernhändler? Nein? Keiner? Ja, ich hier! Oh, nice! Reingehen! Schnell! Ah, kann ich nicht noch nicht mulmeln? Habt ihr gerappt? Ja! Anspringen! Go! Irgendjemand! So! Warten nicht! Äh... Lecker, homisch! Ich denk, du wär scheiße! Aber sag mal, wenn er den Todesbrot füllt... ... hast du also... ... jetzt habe ich dann auch geprodukt, also... ... nix lieber! Oh, fuck! 4.60! Okay! Gut, dann muss ich dazwischen echt nicht andern warten! Serina! Ja! Ja, zeig wieder! Eigentlich nix, dann kriegst du den Börsen-Bass-Tack! Ich bin draußen! Wo lasse ich die jetzt sterben? Nein! Ich glaube nicht, dass ich sterbe! Okay, perfekt! Ich stand da drin! Ja, wir haben zu viel Damage! Wir hoffen das! Ja, auch so nicht, ja klar! Eine grüne Seele benutzt, finde ich! Oder Foten drüben die Hand! Fangen wir mal damit an! RIP! Ich hab' vergessen! Noob! Bring die an was nicht zu holen! Ich hab' verpackt! Ich hab' verpackt! Ich hab' verpackt! Den Konten nicht verkneifen, ne? Der JT in den Konten tut ja nicht verkneifen, Alter! Guck mal, ey! Guck mal, ey! Heel! Alter! Ich hab' da! Ich hab' mal raus, dann! Feuer! Oh, fuck! Flo Nils! Ich hab' so'n Fläche! Ja, die macht 25k an die Sekunde! Oh, Flo Nils! Fuck you! Nö! Gar kein Problem! Der macht jeder Auto-Tack hat mir grad 20! Der macht so'n Doppel-Auto-Tack! Ich hab' schon wieder nix bekommen, was? Ich auch nicht! Oh, shit! Der ist weg! Nee, die hat jetzt noch den Haar nix! Ich seh's auch mal, ey! Nee, die hat aber... Die hat aber... Die hat aber Hände bekommen! Ich hab' auch Hände, aber ich bräuchte nicht... Ich hab' auch Hände, aber ich bräuchte nicht... Schrank XD! Mal sehen, was jetzt kommt! What?! Guck mal! Guck mal! Drei! Drei Items! Drei Legendary Rolls! Drei Legendary Rolls! Wie ist das möglich, überhaupt? Der erste Anem macht... Nein, ich kann nicht! Der rechten Maze Ranger... Ich zieh' diesen Teil und krieg' nur drei Dinger raus! Was ist das für'n Scheiß? Oh, nein! Das ist scheiße! Ich mach' jetzt schon mal an! Ist locker wieder ready! Hä, das ist schlaz! Ich hab' noch... Ich hab' noch... Ich hab' noch keinen einzigen DIN-An-Item Legendary Roll... ...irgendwo bekommen! Crazy! Was sind denn die Schlüssele? Fuck, fuck, fuck! Nicht den Pullen! Nicht den Pullen! Macht einfach das Ding aus! Erstmal! Und dann kann man den nämlich mitziehen! Wenn ihr den jetzt pullt, dann bricht das Ding ab! Skyders! Jemand pisst dich da! Jemand da dran! Geil, das! Geil, das! Geil, das! So! Okay! Der kommt da eh nicht runter, oder? Nein, klar! Ey, deswegen ja! Ja! Könnt's einfach als Denk durchrennen, ey! Scheiß drauf! Fuck! Alter! Wird sie jetzt diesmal aber nicht zweimal sterben? Was ist denn mit euch?! Ihr könnt auch durchrollen! Wo? Das ist hier das geilste! Einfach runterspringen und dann wieder hochrollen! Ruhig! Hu! So! Geht das? Ja, ja! Nicht überall! Ja, ja! Wenn du unten rollst, dann rollst du wieder oben! Ja, ja! Dann bist du wieder oben! Dann kannst du das Ganze auch im WG machen, weil dieser WG so runterspringt! Und dann bist du dann wieder oben! So, habt ihr eure Scheiße gesetzt! 3, 2, 1, go! Und hier geht ja wieder selbst rein, wenn ihr das Ding gut macht! Okay! Bisschen! Ja, leider baue ich keine Akkommarer aus! Panther! Okay, ich habe Akkommarer gebaut und du, okay! Alles gut! Spade! Spade! Die Sphäre! Und Skydars! Skydars! Ablinks! Oh shit! Wieso habe ich die Sphäre? Ich habe keinen Mastensprotter so gemacht! Hallo! Die Sphäre! Ich kann nicht ziehen! Ich habe vor... Ich bin noch 10 Sekunden in der Roten! Ich bin noch 10 Sekunden in der Roten! Kann er was denn hier? Nein, ist es nicht! Ich hatte 10 Sekunden in der Roten! Ich bin noch 10 Sekunden in der Roten! Ja! Ich bin noch 10 Sekunden in der Roten! Ich bin noch 10 Sekunden in der Roten! Bei auch noch! Ich kann mir einen netten Sekunden rausfahren! Und dann da anspielen! Ja dass du will! Koyo! Jo! Kann ich hinter mir Platz! Hinter dir ist Platz! Ja du kannst hinter dir Poliz! Ehhh... Schild? Rade Antidiscope Front Burst Stehenbleiben! Kein Items! Wieder kein Items! Kein Items! In zwei Runs! Und Serena hat ne Waffe, oh Gott!